hallo liebe freunde und jetzt sind wir endlich angekommen der letzten gruppe ja der m in deutschland bei daniel cm 24 team check ja da gehen wir die ganze sache war an türkei georgien portugal tschechen sind in dieser gruppe wir fangen an mit der tschechische mannschaft ja der ivan hasek ist der trainer dort dann sind wir die keeper mit wittes lauf jahres martin kawo juli stanik ja dann hat sie mit waldemir kufall die verteidiger hier mit david josek mit david doria damals holz robin hanak dann ludis lauf g martin wittig damals wie kek wie david sima an das mittelfeld mit antonin barack karl kerny lukas kerf und rellinger martin josek lukas paubot mich so trägt wie thomas zu check und paul soll ich also dann die sturm spitze mit thomas koi moin 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 karin adam loszek jan kufa und patrick check also dass die tschechische mannschaft sehr interessant wie ich finde interessante mischung auf jeden fall auch ja kann sich auf jeden fall sehen lassen patrick schick glaube ich im letzten turnier auch ja torschützenkönig geworden dann haben wir noch die georgia schauen wir mal auf die georgia drauf wie leser 0 wie ist der trainer da der ehemalige bayernstern französischer nationalspieler ja und dann sehen wir sein kader mit karlikas willi gorgi loria wir die madidas willi ja mit die abwehr dann mit lascha davali georgi koscholes willi james tobi c dass die abwehr wenn ich sie richtig ausspreche wie gesagt wenn nicht tut mir jetzt wirklich leid ja dann die mittelfeld spieler wie sandro alto wir willi georgia wie farze dann ja wie kanker war oder krieg das willi dann wir koreas willi wie labia die wir an die dann hat so mit bisch willi gerugt hat die willi ja dass die mittelfeld die stürmer dann mit wiko die wii tatsch willi kichwa kattwella von neapel der star der truppe karlitala dann georgos mogulatze ja wie auch lever und sagen gelia und badu zivivatze von ksc also er hat es auch dort geschafft dann auch hier natürlich dann alter einsatz und co ja natürlich noch zurück und dann gucken wir uns die türkische mannschaft an mit und damit sind so man teller der italienische coach ja torhüter dann mit der organ allen da hatte band ihre wort schon kagir mord kundnück ja dann die verteidiger mit sammelt akidin aber den karim taxi damit mit zählig dann mache dem iraal vdk ja und kamik an kaputt war mehr die abwehr das mittelfeld dann mit kann ein hahn hk und schauer nur kann kodutsche ok da die etchern berät und sammelt schon so ist mal die juzig ja und die stürmer sind dann ja mit akün karin ab trügel oder kühler biogas aydin erlangen karlitzi semmalken es sei abdelos die ome zentuzun ja dann enners unalus auf so zitzi beturkildirim kanel jeles und bares jemals also dass das team des italienischen coach der türkei ja hier natürlich auch damit alter und so weiter ja also wie gesagt eure meinung gerne in den kommentaren ja und dann haben wir natürlich auch die portugiesen zu guter letze roberto martinez ist der coach dort dann die keeper mit die euro costa jose sah mit ruhe patricio verteidiger mit atonio silva danielo perera delo delio cancelo in ako ja juli cancelo nilz unser mädel nur moment ist pp und robin diaz das mittelfeld mit benados silva bruno fernandes europa linia otavio rubin der versung für 10 jahre und der sturm damit christiano renaldo der großen star und die ruhe jota hat er zu kannst du kannst du kannst du ramos ja auch felix petro neto und raphael lehrer also dass der karl der porto gießen dann schauen wir hier auch auf das alter und einsätze und so weiter sind wir also sehr 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 gespannt ja also auch hier gucken wir dann natürlich auf die tabelle und sagen wer wie wo was wird ja portugal denke ich auf platz ein tschechen und die türkei meiner meinung nach wird sich um platz zu kämpfen georgien wird sie natürlich nicht kampflos ausgeben beileibe nicht aber zweiter am ende denke ich werde die türkei die tschechen auf den dritten ja und georgien auf platz vier also liebe leute das also mein team check das habe dann alles absolviert eure meinung in den kommis ich will da einige sehen leute würde mich sehr sehr freuen ja am ende sportlich und verbleiben gesund bleiben ja und dann bis zum nächsten bis dann ja